Schwerpunkt Verkaufstraining, Ausgabe 4. Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Das perfekte Verkaufsseminar. Wenn Vertriebsorganisationen nach sinnvoller Weiterbildung durch ein Verkaufsseminar suchen, dann finden sie einen wahren Dschungel von Angeboten vor. Welches Vertriebsseminar passt zu uns? Welches Verkaufstraining passt zu unseren Mitarbeitern und deren Anforderungen? Wir haben in dieser Beitragsreihe bereits den Unterschied zwischen Verkaufsschulung und Verkaufstraining sowie einem Seminar grundsätzlich erklärt. Bei einem Seminar steht der Wissensaustausch und die Weiterentwicklung von vorhandenem Wissen im Zentrum des Interesses. Woran erkennt man ein gutes Verkaufsseminar? Das Wichtigste ist ein gutes didaktisches Konzept für dieses Seminar, wie wir das schon vor drei Wochen in der Ausgabe erklärt haben. Wenn Ihre Mitarbeiter bereits eine gewisse Verkaufspraxis haben und daraus ihre Sichtweise auf mögliche Erfolgskonzepte entwickelt haben, dann ist es nicht so gut, wenn Sie sozusagen bei Null anfangen. Ein gutes Verkaufsseminar startet da, wo die Mitarbeiter genau jetzt schon stehen und eben nicht bei Null. Dazu ist es wichtig, die Fragen der Teilnehmer abzuholen. Wenn Seminarteilnehmer eine Möglichkeit bekommen, die Schwerpunkte des Seminars selbst zu gestalten, dann ist der Return und Invest für die eingesetzte Zeit am besten. In diesem Zusammenhang sollten wir einige Fragen klären. Muss der Seminarleiter Branchenerfahrung haben? Die schnelle Antwort, nein, muss er nicht. Allerdings sollte er die Zusammenhänge und Abläufe sowie die Geschäftsmodelle in der Branche verstehen. Je weniger der Seminarleiter selbst eigene Erfahrungen aus der konkreten Branche hat, je mehr kann er abstrahieren und grundlegende Erkenntnisse herausarbeiten. Im Gegensatz zur Schulung, wo Anfängern die Vorgehensweise beigebracht wird, ist im Seminar eher der Austausch und die Weiterentwicklung vorhandenen Wissens mit Erfahrungen aus anderer Perspektive hilfreich. Sicherlich sollte ein Seminarleiter schon Erfahrungen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen haben. Und ganz bestimmt ist es hilfreich, wenn er bereits in ähnlichen Branchen mit Verkäufern gearbeitet hat. Allerdings ist der wichtigste Aspekt in einem Seminar der Austausch und die Erarbeitung von Konzepten für die richtige Vorgehensweise. Sollte man jung und alt im Vertriebsseminar mischen? Schnelle Antwort, ja. In vielen Diskussionen mit Auftraggebern kenne ich den Ansatz, leistungsgerecht in Gruppen einzuteilen. Diesen Ansatz lehne ich aus heutiger Sicht nach 15 Jahren Seminarerfahrung ab. Dabei geht es nicht um die Mischung von absoluten Berufsanfängern, die keine Erfahrung im Verkauf haben, mit alten Hasen. Aber es hat sich gezeigt, dass Anfänger mit wenigen Monaten Erfahrung sehr gut mit alten Hasen zusammenpassen. Die Mischung von Menschen, die mit gleichen Problemen konfrontiert sind, aber unterschiedlich viel Praxiserfahrung haben, ist eine sehr hilfreiche Kombination. Unverbrauchte Mitarbeiter sind wesentlich erfolgreicher, wenn es darum geht, eine neue Problemlösung für alte Probleme zu sehen. Ich kann mich an viele Seminarerlebnisse erinnern, wo junge Kollegen neue Problemlösungsideen vorgebracht haben, bei denen die Alten respektvoll die Augenbrauen hochgezogen haben, weil sie eben selbst nicht drauf gekommen waren. Vielleicht, weil sie eingefahren waren. Und ebenso gab es viele Momente, wo die Jungen einen Aspekt erkannten, weil die erfahrenen Kollegen eine Erkenntnis erklärt haben, die sich nur erschließt, wenn man eben schon eine Reihe von mehr oder weniger schmerzhaften Erlebnissen hinter sich gebracht hat. Wie bereitet man ein Verkaufsseminar am besten vor? Weil es in erster Linie um Austausch geht, ist es wichtig, dass alle Teilnehmer ihre Fragestellungen mit in das Seminar einbringen. Dazu ist es sinnvoll, die Fragen als wesentliches Element der Vorbereitung einzubauen. Eine passende Einladung zum Seminar sollte dazu ausgearbeitet sein. Zu dieser Ausgabe finden Sie auf meinem Blog stefanheinrich.com-156 Die Ausgabe 156 Und da finden Sie die Möglichkeit, sich eine beispielhafte Einladung nach diesem Muster herunterzuladen. Außerdem bekommen Sie dann auch die weitergehenden Informationen zu allen 13 Ausgaben dieses Themenschwerpunkts Verkaufstraining. Entscheidend ist, dass die Teilnehmer zu Beginn des Seminars ihre Fragen auf Metaplan-Karten übertragen und diese Fragekarten für alle Teilnehmer sichtbar im Raum aufgehängt werden. Dieser Prozess des Aufschreibens und Aufhängens zu Beginn des Seminars wird von Laien oft unterschätzt. Es mag so anmuten, als ob dieser Vorgang ein unnötiges Detail darstellt, das nur Zeit kostet. Das ist jedoch ein großer Irrtum, denn dieser Vorgang erfüllt zwei wesentliche Zwecke. Erstens. Die wesentlichen Fragen werden jetzt zu Beginn des Seminars festgehalten. Diejenigen, die sich vorbereitet hatten, können jetzt mit ihren vorbereiteten Fragen die Inhalte bestimmen. Aber auch wenn jemand nicht vorbereitet ist, kann er jetzt noch spontan dazu beitragen, die wichtigsten Dinge, die ihm jetzt durch den Kopf gehen, mit einzubringen. Das gibt allen Beteiligten ein Gefühl der Beruhigung, weil niemand auf seine wichtigen Themen verzichten muss und alle Teilnehmer die Inhalte mitgestalten können. Zweitens. Alle Fragen hängen an der Wand. Alle Teilnehmer sehen, dass ihre Fragen präsent sind. Das reduziert den Impuls, immer die eigenen Themen nach vorne zu spielen. Man sieht, dass die Agenda noch präsent ist. Auch wenn die eigenen Themen nicht als allererstes behandelt werden, kann man entspannt bleiben, weil das Versprechen steht, dass alle Fragen noch während des Seminars bearbeitet werden. Diese Art der Vorbereitung hat sich in vielen Jahren Seminararbeit bewährt und liefert sehr gute Ergebnisse. Wie schafft man im Vertriebsseminar Raum für Diskussion und Feedback? Wenn Erkenntnisse ausgetauscht werden, kommen auch Meinungen und Stimmungen mit hinzu. Das wird bisweilen emotional und kann alle Schattierungen von konstruktiv bis chaotisch einnehmen. Es ist hilfreich, wenn man einen erfahrenen Moderator aus einer fachfremden Abteilung mit der Moderation betraut. Oder, noch besser, man leistet sich einen professionellen Seminarleiter oder Verkaufstrainer, der die Meinungen einfängt und die bisweilen überschäumenden Emotionen glättet. Dann muss auch kein eigener Mitarbeiter sozusagen in diesem Sturm der Emotionen verbrannt werden. Auf jeden Fall ist es gut, den Emotionen einen angemessenen, wenn auch nicht ausschweifenden Raum zu geben. Wenn Jahr für Jahr alle Kritik untergebuttert wird und sei sie auch noch so unsachlich, dann bildet sich eine emotionale Distanz zum Thema, die man später kaum mehr überbrücken kann. Wichtig ist, dass der Moderator bzw. Seminarleiter die Struktur der Veranstaltung im Auge behält. Endlose Wiederholungen des gleichen Themas einbremsen. Ein Statement reicht. Erkenntnisse und Meinungsverschiedenheiten festhalten und gegebenenfalls später klären. Beschlüsse und Pläne festhalten und in ein Protokoll setzen, damit sie nachher umgesetzt werden können. Fragen an Kollegen und Externe, die nicht teilgenommen haben, aufschreiben und einen Verantwortlichen bestimmen, der die Antworten sammelt und verteilt. Wie sichert man im Verkaufsseminar Resultate für die Praxis? Jetzt haben wir wieder nur gelabert und nichts passiert. Dieser Spruch ist vielleicht der meistgesagte Text in den Bars und Kneipen am Rande der Verkaufsseminare dieses Landes. Menschen haben es satt, wenn Themen immer wieder hochkochen und sich keine Aktionen daraus ableiten. Ebenso will aber auch kein Unternehmen dieselben unstrukturierten Vorwürfe und Jammersprüche Jahr für Jahr präsentiert bekommen. Clevere Unternehmen haben längst die Ausfahrt aus dieser Geisterbahn gefunden. Nämlich klare Aktionen in einem Aktionsplan festhalten. Das klingt so simpel und viele denken jetzt, das haben wir doch alle schon gemacht, aber es passiert ja nichts. Man müsste mal. Das sind ja bekanntlich die drei grausamen Reiter der Apokalypse. Man müsste mal. Denn wer müsste, der tut nichts. Die Lösung liegt auf der Hand. Statt eines allgemeinen Plans im Sinne von jeder füllt ab sofort alle Besuchsberichte sauber aus, der ja doch nichts bringt, da wäre es vielleicht passender, wenn jeder einzelne Mitarbeiter seinen persönlichen Plan macht. Und das könnte so aussehen. Jeder schreibt einen Zettel, der mit diesen Worten beginnt. Ich mache bis zum nächsten Vertriebsmeeting Doppelpunkt. Und dann erfolgt eine klare Aussage, was genau gemacht wird. Und dann geht der Text weiter. Dass ich erfolgreich war, kann man nachmessen. Der Erfolg gilt, wenn diese Bedingung erreicht ist. Doppelpunkt. Und dann erfolgt eine präzise Beschreibung, woran man erkennen wird, dass der Erfolg erreicht ist. So einen Zettel schreibt und unterschreibt jeder Beteiligte. Dann macht jeder ein Foto davon mit dem eigenen Smartphone, damit jeder jederzeit nachsehen kann, wozu er oder sie sich verpflichtet hat. Und dann kommt der Zettel in eine große Schale und bleibt bis zum nächsten Meeting unter Verschluss. Dann werden die Zettel einzeln gezogen, verlesen. Und dann bekommt der Unterzeichner drei bis fünf Minuten Redezeit, um von seinen Heldentaten zu berichten. So eine Kultur der Ergebnisse lenkt ab von Fragen wie Wer hat das wieder verbockt? Und richtet den Fokus auf Was habe ich bewirkt? So kann jede Vertriebsorganisation sich weiterentwickeln und wachsen. Versäumen Sie auf keinen Fall, sich für diesen Schwerpunkt einzutragen, damit Sie alle Ausgaben zum Thema Vertriebstraining mitnehmen können. Sie finden die Möglichkeit dazu unter stefanheinrich.com-blog und dann eine der Ausgaben zu diesem Schwerpunkt Vertriebstraining. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast Tragen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und wir versorgen Sie mit allen relevanten Informationen rund um den Podcast. Sie haben gerade nichts zu schreiben und wollen dennoch in Kontakt bleiben? Dann rufen Sie doch bitte die Podcast-Sprachbox an. Unter der deutschen Nummer 0651 360 89 101 Ich wiederhole das. 0651 360 89 101 Und dann kümmern wir uns um Ihre Frage. Gerne auch Themenwünsche zum Podcast. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bei iTunes. für den Podcast mit einer Bewertung bei Münchofußu 10 Mäher